So, Mitte ist komplett schnell angegangen, Anger ist jetzt hier, entscheidend. Hilden steht halt komplett hinter ihnen. Weil er wohnt! Und da ist das Ace! Einfach mein Ace. Aber wie gut er da auch steht, steht einmal mittelfrontal in der Smoke drinne. Wird dann natürlich nicht gecheckt und dann läuft er hinter allen her. Sauber. Cooles Ace.